Musik Die einen sprechen von Bildungsoffensive und die anderen von Bildungswahn. Und wir selbst sind dabei, gerade jetzt im Kita-Bereich, einen ganz starken Bildungswahn zu unternehmen. Und das ist das, was Bildung nicht auszeichnet. Es gibt wirklich zwei große Richtungen hier bei uns in Deutschland. Die einen sagen eben, mach noch viel, viel mehr. Da gibt es ja dieses Wort, Bildungsfenster müssen gefüllt werden. Und dann gibt es aber eine Gegenrichtung aus der Hirnforschung oder auch der Bindungsforschung, die einfach das sagt im Sinne von weniger ist mehr. Also Bildung vollzieht sich ja so, dass ich mich mit mir auseinandersetze, dass ich Zeit habe, dass ich Ruhe habe, dass ich Dinge eben auch zu Ende bringen kann. Und deswegen mit einem ganz hohen Selbstwertgefühl sich auch abzugrenzen zu dem, was nicht entwicklungsförderlich für Kinder ist. Und das ist eine Herausforderung, wo dann die Fachkräfte sagen müssen, ich muss die Entscheidung treffen, bin ich auf der Seite von Kindern mit dem, was Kinder brauchen, oder bin ich bei dem, was Eltern wollen. Und es geht nie darum, das zu tun, was Eltern wollen. Musik 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 Musik